Herzlich willkommen zu einem Video des Projektes OER für die Lehrkräftebildung Handlungsstrategien für heterogene Klassen der Universitäten Oldenburg und Vechta gefördert durch das niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur in Zusammenarbeit mit der Universität Flensburg. Schüler und Schülerinnen äußern sich zu Unterricht. Inhalt und Ziele des Videos In diesem Video wollen wir Ihnen die Möglichkeit geben, sich mit den Inhalten unseres Projektes noch einmal vertiefend auseinanderzusetzen. Gleichzeitig wollen wir dabei die Bedarfe von Lernenden mit in den Blick nehmen. Dafür haben wir Interviewschnipsel mit Schüler und Schülerinnen zusammengestellt, die Ihnen eine praktische Umsetzung von Tiefenstrukturen aufzeigen und Sie auffordern sollen, sich Gedanken um deren Umsetzung in Unterrichtssituationen zu machen. Zu den Tiefenstrukturen gibt es übrigens ein Video namens Was ist eigentlich guter Unterricht aus dem Paket guter Unterricht. Wir möchten Sie anregen, Ihre eigene Sichtweisen zu hinterfragen und auch die Perspektiven von Lernenden zu reflektieren und für Ihren Unterricht zu berücksichtigen. So können Sie weitere Blickwinkel auf- und für Unterrichtsplanung gewinnen. Einleitung. Partizipation ist elementar für Inklusion. Daher haben wir mit einzelnen Schüler und Schülerinnen Interviews geführt, in denen Sie Ihre Eindrücke von Unterricht, sei es aus dem aktuellen Erleben oder rückblickend, schildern. Wie erleben Sie bestimmte Aspekte von Unterricht? Was wünschen Sie sich? Und wie können diese Aspekte im Unterricht lernwirksam umgesetzt werden? Dies soll Ihnen die Möglichkeit geben, zu reflektieren, was Sie bereits gelernt haben und Ihr Wissen in Unterrichtsplanung zu transferieren. Ablauf. Zunächst hören Sie ein oder mehrere Zitate von Schüler und Schülerinnen zu einem bestimmten Thema, dann folgt die Fragestellung. Pausieren Sie das Video, um sich zu überlegen, welche tiefen Strukturen angesprochen wurden, wie diese umgesetzt sind und welche weiteren Umsetzungsmöglichkeiten es in Bezug auf die drei tiefen Strukturen noch geben könnte. Es hilft, wenn Sie dabei an konkrete Unterrichtssituationen denken. Wenn Sie das Video anschließend fortsetzen, werden mögliche Antworten sowie Tipps zu weiteren Umsetzungsmöglichkeiten gegeben. Wir haben uns auf einige Beispiele beschränkt, Sie finden sicher noch mehr. Bevor es jetzt losgeht, noch ein paar Anmerkungen. Tiefenstrukturen lassen sich nicht immer eindeutig voneinander abgrenzen und eine Maßnahme zeigt auf Auswirkungen in allen Dimensionen. Daher sollte man bei der Planung immer alle drei im Auge behalten. Es geht hier aber nicht nur um die Zuordnung einer Maßnahme zu einer Tiefenstruktur, sondern darum, sich die dem Unterricht zugrunde liegenden Lernprozesse bewusst zu machen und dieses Wissen für lernwirksamen Unterricht einzusetzen. Das Wissen um Tiefenstrukturen bietet Ihnen dafür ein effektives Hilfsmittel. Kommen wir zu unseren Beispielen. Was wünschen sich Lernende, in unserem Fall zwei Schüler, bei der Vermittlung von Inhalten von einer Lehrkraft? Erstes Beispiel, ein Schüler einer berufsbildenden Schule. Also wenn zum Beispiel, wenn man jetzt ein Fach hat, wo viele komplizierte Wörter verwendet werden, um einfache Handlungen zu umschreiben, dann sollte man auf die einfachen Wörter zurückgreifen und dann Vergleiche anstellen, dass dieser Begriff, dass man den verstehen kann wie diesen anderen, also dann einen umgangsüblichen Begriff, womit man quasi dann eine Verknüpfung schließen kann, dass man versteht, worum es gerade geht. Weil wenn man halt in einem Bereich wenig Wissen hat oder gar kein Wissen und der Lehrer einem da irgendwas erzählt, dann kann man im Kopf nichts verknüpfen und dann weiß man nicht, wo man es einsortieren kann, dann kann man auch nichts lernen. Das ist das größte Problem, wenn man eigentlich einfach so einen Unterricht da reinkommt und von nichts Ahnung hat. Und dafür sind ja Lehrer da, einem etwas beizubringen und nicht zu erzählen, was man zu lernen hat und dann muss man das zu Hause nachlernen. Zweites Beispiel, Schüler einer Sekundarstufe 1. Welche Tiefenstrukturen werden hier angesprochen, wie wurden sie umgesetzt und welche weiteren Möglichkeiten gibt es? Wenn Sie eigene Antworten finden möchten, pausieren Sie das Video an dieser Stelle. Mögliche Lösungen folgen jetzt. Kognitive Aktivierung. Die Lehrkraft soll an bekanntes Vorwissen anknüpfen. Konstruktive Unterstützung. Die Lehrkraft soll eine einfache Sprache verwenden und die Inhalte klar und verständlich erklären. Wie könnte man den Schülerwünschen noch nachkommen? Was kann Classroom Management beitragen? Suchen Sie sich einen speziellen Ort für Neues, von dem aus Sie immer die Einführungen durchführen oder ankündigen. So wissen die Schüler und Schülerinnen schon aufgrund ihres Standortes, was als nächstes kommt und sie können ihren Ausführungen leichter folgen. Eine kognitive Aktivierung kann erreicht werden, wenn die Interessen der Schüler und Schülerinnen berücksichtigt werden. Wo gibt es Überschneidungen zum aktuellen Thema? Vielleicht können die lernenden Inhalte auswählen und mitgestalten. Die Struktur und Ziele einer Unterrichtsstunde oder Einheit von Anfang an transparent zu machen, hilft den Schüler und Schülerinnen leichter mitzudenken. Um dies zu erreichen, bietet sich der Einsatz von Advanced Organisern an. Konstruktive Unterstützung findet beispielsweise statt, wenn die Inhalte auf verschiedene Arten präsentiert werden, um den Lernenden individuelle Zugänge zu ermöglichen. Etwa durch direkte Instruktion, durch die Lehrkraft oder ein entsprechendes Video. Und auch andere Schüler und Schülerinnen können die Erklärungen im Rahmen von peer-gestütztem Lernen übernehmen. Statt oder zusätzlich zur Verwendung von einfacher Sprache kann durch die Einführung von Symbolen das Erlernen von Fachbegriffen unterstützt werden. Oder es wird gemeinsam ein Glossar mit wichtigen Fachbegriffen und deren Definitionen bzw. Erklärungen erstellt. Nächste Fragestellung. Was tun, wenn etwas nicht verstanden wird? Eine Möglichkeit hören Sie im dritten Beispiel von einer Schülerin der Sekundarstufe 1. Ja, also wenn ich hier Aufgabe habe, die ich nicht verstehe, dann will ich mich halten, dann kommen die an meinen Platz und helfen mir. Welche tiefen Strukturen werden hier angesprochen? Wie wurden sie umgesetzt? Und welche weiteren Möglichkeiten gibt es? Wenn Sie eigene Antworten finden möchten, pausieren Sie das Video an dieser Stelle. Mögliche Lösungen folgen jetzt. Konstruktive Unterstützung. Die Lehrkraft steht quasi jederzeit für Fragen zur Verfügung. Eine Umsetzungsmöglichkeit im Rahmen des Classroom-Management könnte auch hier sein, einen speziellen Ort festzulegen, an dem sich immer das Hilfsmaterial zum aktuellen Thema befindet. So wissen die Schüler und Schülerinnen genau, wo sie nach zusätzlichen Informationen suchen können. Für eine gute kognitive Aktivierung ist es wichtig, den lernenden Problemlösestrategien zu vermitteln. Geben Sie ihnen Abläufe an die Hand, an denen Sie sich orientieren können. Zum Beispiel, was habe ich schon verstanden? Was genau habe ich noch nicht verstanden? Wo kann ich außer bei der Lehrkraft noch Hilfe bekommen, um das Problem zu lösen? Wurde das Problem gelöst? Und so weiter. Betreiben Sie ein gutes Fehlermanagement, indem Sie den Umgang mit den Fehlern positiv gestalten. Statt, du hast das noch nicht verstanden und falsch gemacht, lieber, der Fehler zeigt dir, wo du noch etwas lernen kannst. Zur konstruktiven Unterstützung können Sie differenziertes Lernmaterial anbieten, das die Schüler und Schülerinnen selbstständig, alleine oder gemeinsam verwenden können. Dafür können Sie zum Beispiel Karten mit Lösungswegen zur Selbstkontrolle anbieten, zusätzliche kleinschrittigere Anleitungen oder vielleicht solch mit mehr Anschauungsmaterial anbieten. Dabei müssen Sie nicht alles auf einmal geben. Probieren Sie aus, was funktioniert und bieten Sie nur mehr an, wenn das Ziel noch nicht erreicht wurde. Nutzen Sie Ihre Erfahrung, um einzuschätzen, was und wie viel Sie anbieten und kontrollieren Sie, ob Sie Ihr Ziel erreichen konnten. Eine weitere Unterstützung, die gleichzeitig Sie als Lehrkraft entlastet, ist die Einführung peer-gestützten Lernens, bei dem Schüler und Schülerinnen sich wechselseitig helfen und voneinander lernen. Denken Sie auch daran, dass Schüler und Schülerinnen sich vielleicht nicht trauen, eine Frage zu stellen. Machen Sie ihnen das Fragen leicht. Geben Sie ihnen das Gefühl, dass die Frage willkommen ist, selbst wenn Sie die Beantwortung an andere delegieren oder auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Nächstes Thema. Wie wird mit Lärm im Unterricht umgegangen? Viertes Beispiel, eine Schülerin der Sekundarstufe 1. Dann versuchen wir uns so ein bisschen zu halten oder wir sagen den anderen, dass die ein bisschen leiser sein sollen. Und wenn sie es nicht machen, dann sagen wir es halt dem Lehrer und ja, dann machen die wieder was. Entweder sagen die das nochmal oder man darf sich auch vor die Tür setzen, da haben wir nämlich auch einen Tisch oder einen Nebenraum und dann können wir da unsere Aufgaben machen. Fünftes Beispiel, ein Schüler der Primarstufe. Wir haben so eine Klangschale und das macht unsere Lehrerin dann dong und dann hören die anderen auf, so laut zu sein. Welche tiefen Strukturen werden hier angesprochen, wie wurden sie umgesetzt und welche weiteren Möglichkeiten gibt es? Wenn Sie eigene Antworten finden möchten, pausieren Sie das Video an dieser Stelle. Mögliche Lösungen folgen jetzt. Classroom Management. Es wurden räumliche Möglichkeiten geschaffen, die Schüler und Schülerinnen erlauben, sich einer für sie unangenehmen Lernsituation zu entziehen, beziehungsweise es wird das Ritual einer Klangschale genutzt, um an Ruhe zu erinnern. Zur konstruktiven Unterstützung schreitet die Lehrkraft ein, falls die Klasse sich nicht selbst regulieren kann. Weitere Möglichkeiten. Im Rahmen des Classroom Management können Schüler und Schülerinnen statt der Lehrkraft die Rolle von Lärmschlechtern übernehmen oder es können Symbole wie eine Lärmampel dafür eingesetzt werden. Dafür müssen im Vorfeld Verhaltensweisen eingeübt werden, wie auf die Intervention der Lärmschlichter oder das jeweilige Symbol reagiert werden soll. Hilfreich ist auch, bereits bei der Planung einer Stunde Unruhe erzeugende Situationen zu vermeiden, zum Beispiel indem Sie Wechsel zwischen verschiedenen Arbeitsphasen möglichst reibungslos organisieren. Vielleicht können Sie auch durch eine geeignete Raumgestaltung mit rauen oder textilen Oberflächen die allgemeine Lärmentwicklung dämmen. Zur kognitiven Aktivierung sollten Sie immer die Interessen der Schüler und Schülerinnen im Auge behalten, um diesen einen guten Zugang zum Thema zu ermöglichen. Interessierte Lernende sind aufmerksam, damit sinkt der Lärmpegel oft automatisch. Manchmal ist es aber nicht möglich, alle Schüler und Schülerinnen abzuholen. Zur konstruktiven Unterstützung können Instrumente wie das Klasse-Kinderspiel genutzt werden, welches langfristig Unterrichtsstörungen senkt und damit ein ruhigeres, unkonzentrierteres Lernen ermöglichen kann. Und falls Sie die Möglichkeit haben? Auch der Einsatz von Schulhunden hat einen lärmreduzierenden Effekt, da die Kinder in der Regel gerne auf das Bedürfnis eines Hundes nach einer ruhigen Umgebung Rücksicht nehmen. Nächstes Thema. Was hilft im Unterricht? Fünftes Beispiel. Eine Schülerin der Sekundarstufe 1. Wenn ich mit Mathe habe und Musik höre, kriege ich die meisten Aufgaben auch selber hin. Sechstes Beispiel. Schüler einer Sekundarstufe 1. Und da meinte man eine LAS-Förderhilfe. Ich würde so verkrampft beim Schreiben sein und dann haben wir es mal auf dem iPad ausprobiert. Da war es halt einfacher und seitdem darf ich halt auf dem iPad in jedem Fach schreiben. Außer die Klausel, die muss ich natürlich weiterhin auf Papier schreiben. Konstruktive Unterstützung. Die Lehrkräfte ermöglichen durch den Einsatz von Hilfsmitteln einen individuellen Weg, eine Lernsituation zu verbessern. Welche Möglichkeiten gibt es noch? Im Rahmen des Classroom-Management können Sie ruhige Arbeitsbereiche anbieten, in die sich Einzelne bei Bedarf zurückziehen können, um ungestörter zu arbeiten. Gemeinsame Regeln für die verschiedenen Arbeitsphasen, deren Einhaltung transparent rückgemeldet und reflektiert wird, helfen ebenfalls, eine ruhige Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Einen positiven Effekt hat es auch, gute Beziehungen zu den Lernenden aufzubauen. Denn wenn sich alle wohlfühlen, wird auch besser gelernt. Um eine kognitive Aktivierung zu erreichen, können Sie Ihre Schüler und Schülerinnen anregen, eigene Lösungsmöglichkeiten zu finden. Diese wissen zum Teil sehr genau, was sie brauchen und können ihnen damit eine wertvolle Hilfe sein. Zur konstruktiven Unterstützung können Sie Hilfsmittel nutzen, um Einzelnen eine Lernsituation zu erleichtern. Und kurze Pausen zwischendurch, zum Beispiel als Bewegungs- oder Trinkpausen, helfen, die Konzentration zu steigern. Und nun als letztes Thema in diesem Video. Was wird für den Schülern und Schülerinnen positiv wahrgenommen? Beispiel 7. Schülerin einer Sekundarstufe 1. Also meine Klassenlehrerin, sie macht halt viel Spaß in der Klasse. So sagt was, dann müssen wir alle lachen. Und sie tut auch mit uns viel lachen und halt auch schnell helfen und so. Und das mag ich halt an meiner Lehrerinnen sehr. Achtes Beispiel. Ein Schüler der berufsbildenden Schule. Auch mal Klassenaktivitäten machen, weil Klassenausflüge, habe ich meiner Erfahrung gemacht, ist das Beste, was in der Klasse passieren kann. Dadurch kommt die Klasse zusammen. Man lernt sich kennen, man unternimmt Sachen gemeinsam. Und wenn die Klassengemeinschaft gut ist, dann kann man auch gut lernen. Neuntes Beispiel. Ein Schüler der Sekundarstufe 1. Erstens Ruhe. Zweitens nette Lehrer. Und drittens eine freundliche und nette Klasse. Welche tiefen Strukturen werden hier angesprochen? Wie wurden sie umgesetzt? Und welche weiteren Möglichkeiten gibt es? Wenn Sie eigene Antworten finden möchten, pausieren Sie das Video an dieser Stelle. Mögliche Lösungen folgen jetzt. Classroom Management. Die Beziehung zwischen allen Beteiligten sollte auf einer respektvollen und wertschätzenden Basis stehen. Wie lässt sich das erreichen? Classroom Management. Stärken Sie die Klassengemeinschaft zum Beispiel durch gemeinsame Ausflüge oder die Teilnahme an Wettbewerben. Setzen Sie positive Methoden wie das Tuttling ein, bei dem sich die Schüler und Schülerinnen gegenseitig bei guten Taten ertappen und diese auf Karten festgehalten werden. Geben Sie dem gegenseitigen Kennenlernen ausreichend Raum und reden und lachen Sie miteinander. Kognitive Aktivierung. Wie schon zuvor gesagt, ist die Integration der Interessen und Wünsche der Lernenden ein guter Schritt, sie aktiv in das Unterrichtsgeschehen einzubinden. Es macht den Unterricht interessant und spannend und zu einem Ort, an dem man gerne lernt. Konstruktive Unterstützung. Fördern Sie in Ihrem Unterricht auch soziale und emotionale Kompetenzen, indem Sie entsprechende Trainings wie zum Beispiel Lubo aus dem All durchführen oder Methoden wie das Reziprocal Teaching einsetzen, um das gegenseitige Helfen zu etablieren. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, empfehlen Sie es gerne weiter. Aktuelle Informationen zu diesem Video, Literaturangaben und weiteren Materialien aus diesem Projekt finden Sie unter dem angegebenen Link und bei twillow.de unter dem Stichwort OER Lehrkräftebildung. Dieses Video wurde unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht und ist zur weiteren Nutzung freigegeben. Genauere Hinweise entnehmen Sie bitte dieser Ansicht.